Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video der Modellbauwerkstatt Frankfurt. Sonnige Grüße aus Frankfurt. Und wie einige es wohl schon mitbekommen haben, wenn man es über einen Instagram-Account verfolgt, habe ich mir was Neues gekauft, meine lieben Freunde. Und zwar, ich muss immer nochmal auf den Namen gucken, das ist die Nave Nostro. Also, das ist glaube ich zur Zeit das schwerste Modell von Brubricks, das man kräftig erwerben kann. Und ich habe gedacht, wir bauen mal so ein bisschen. Wie man sieht, ich habe hier schon mal unten den Standfuß gebaut, am gestrigen Tage. Sehr massiv, also da bricht nichts ab und da fällt auch nichts auseinander. Ich habe jetzt begonnen mit dem Schiffsbau und ich bin jetzt eigentlich auf der Suche nach den passenden Teilen. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, es sind sehr viele. Ich suche zur Zeit explizite zwei Doppelnoten zum Aufklemmen, also sprich sowas hier. Zwei Doppelnoten. Und ich habe sie noch nicht gefunden. Ja, kaum sage ich es. Da sind sie. Okay. Wenn man die auch richtig aufmacht, sieht man auch mal was. Ja, ich habe sie wieder. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe sie noch nicht. filedst du nur bei der Schiff von einer ganzen Welt, in der Schiff von einer ist. Ich habe sie noch nicht. Es ist wirklich den Hahn. Ich habe sie noch nicht, dass sie dich in den는sten Teilen. Das ist ja nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020